Hallo liebe Fußballfreunde und willkommen im Stadion Lambrechts Grund, wo der erfolgreichste mecklenburgische Fußballverein sich die Ehre gibt. Der FC Hansel Rostock bestreitet hier sein letztes Testspiel vor der neuen Drittliga-Saison und der letzte echte Härtetest gegen den portugiesischen Zweitligisten CD Ference, den FC Hansel Rostock nochmal richtig fordern wird, um ihn einzustellen auf das erste Spiel gegen den VfH-Aalen im heimischen Rostocker Stadion. Wir wünschen euch dabei viel Spaß! Amen. So, bevor es gleich losgeht im Spiel, FC Hansel Rostock gegen Ference, möchte ich Ihnen noch die 70er vorstellen. Steffen Höse aus Röderfragen wird das ganze Spiel heute hier weiter an den Linien assistieren. Andreas Becker aus Fritzburg und Marnik Kurat aus Güstow. Fritzburg und Marnik Kurat aus Güstel Rostock von Rostock Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wieder setzt sich derjenige schön durch, wird gefoult, wird festgehalten da am Arm, das sieht der Schiedsrichter gar nicht gerne ermahnt, den Portugiesen. Und es wird freundlich mit einem Handshake gelöst. An den Freistoß für den FC Hansa geht nur in die Nummer 7, Mohamed Latay. Und der Ball kommt auf den Kopf von Stefan Gusche. Aber er geht vorbei, keine Torgefahr für das Tor der Portugiesen. Und Latay holt sich da den Ball im Mittelfeld, versucht sich jetzt allein gegen 3 durchzusetzen. Hat er aber keine Chance. Und schön durchgesetzt da. Von der defensiven Mittelfeldspiel des FC Hansa Rostock, Robert Müller. Das ist schön hinter dir hergegangen und hat die Freiraum genutzt zum Torschuss. Der Ball geht übers Tor. Die erste große Möglichkeit für Hansa. Die taktische Formation des FC Hansa Rostock eben schön zu sehen. Mit einem Vierer-Mittelfeld, einem zwei defensiven Sechsern. Drei Mittelfeldspieler davor gerückt. Oh nein. Oh nein.